Hallo Leute, willkommen in meinem Ernest im Monat im Kanal und heute machen wir Langos mit Spinat, also hier sind unsere Zutaten, einmal Spinat, zwei Bechamel, Pfeffer, Salz und zwei Gläser Wasser. Wir tun jetzt erstmal Salz rein, Pfeffer und jetzt alles verrieren. Jetzt Mehl und Wasser. Und nochmal Mehl. Und nochmal Wasser. Und alles verrieren. Das ist ganz einfach. So, jetzt sieht es so aus. Und jetzt wird es gebraten. Mehl, Pfeffer, Salz und Wasser. Das ist ganz einfach. So, jetzt wird es alles gebraten. Wir nehmen einen Löffel und tun es rein. So, jetzt drehen wir das Ganze um. Und so sieht es dann aus. So, jetzt drehen wir das Ganze um. Und noch der andere. Und der andere ist schon fertig. So, jetzt drehen wir das Ganze um. So, da bin ich schon gefよろしく. Okay, wir w tenhwhere werden auch hier schauen aus. Ich habe da gemacht, da beendet wird. Und jetzt hier beendet die Ferse. Jetzt kann man den皮 encore ernesellen. So, jetzt noch einので Zugherst ambient System. Das war's für heute. So, ist es fertig. Sieht sehr lecker aus. Und jetzt tun wir noch das drauf. Joghurt. Und jetzt ein paar Tomaten noch. Gurken und Paprika. Das sieht so lecker aus. Und schmeckt auch richtig lecker. Guten Appetit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.